Ist denn da überhaupt keiner mehr in der Partei, in der FDP, der finanzpolitisch durchblickt? Doch, ich kann Sie beruhigen, einer blickt durch. Rudolf Rentschler. Ja, der Name sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich nicht so viel, aber er ist auch bekannt als die Drohne Willi aus Bienenmaier. Über den macht sich auch Stefan Raab schon seit Jahren lustig. Hier mal der Original Willi. Ich bin nicht ganz richtig im Kopf. Was heißt das, im Kopf? Süß, ne? Und jetzt mal der Original Rentschler. Meine Freunde haben alle gesagt, wir schalten nie ab, wir diskutieren immer. Heute sind wir bei 80 Prozent. Und es geht weiter steil aufwärts. Ihr müsst es bezahlen, ich bin dann unter der Erde. Auch das ist ein Unläng, da hätte man auch ein bisschen vorhandeln können. Also, ich habe da kein gutes Gefühl. An dieser Stelle muss ich ausdrücklich sagen, bin ich nicht zufrieden. Ja, ich auch nicht. Er wirkt wirklich ein bisschen wie so ein Kandidat bei Schwiegertochter gesucht, aber der Rentschler ist tatsächlich die letzte Stimme der Vernunft in der FDP.